Hallo, da kommst du dich. Hier ohne? Ich genieße diese ganz schönen Momente der Ruhr vor dem Sturm. Es waren drei Kinder. Such es. Bitte, lassen Sie mich rein. Was hast du eigentlich für ein Buch? Er ist ein Killer. Sie ist zwölf Jahre. Und auf beide wartet der Tod. Ich hab's euch gesagt. Was soll das bedeuten, Boss? Ich will alle, die du kriegen kannst. Lass mich nicht beheilen. Ich will nicht gehen. Leon, der Profi. Der Profi. Untertitelung des ZDF, 2020